Zum 6. April 2023 veröffentlicht Paramount Pictures im Vertrieb von Universal Pictures die letzten vier Kinofilme mit Captain Picard und dabei geht es um Star Trek 7 bis 10. Hier erscheinen die Filme einzeln in der Keepcase Variante sowohl auf Blu-ray als auch auf 4K Ultra HD plus Blu-ray Scheibe und dann wird es auch noch eine Box geben, die ist allerdings noch nicht freigeschaltet bei Amazon und deswegen widmen wir uns jetzt diesen einzelnen Releases. Wir sind hier bei Star Trek Nr. 7, Treffen der Generationen, dann haben wir noch Star Trek First Contact, also der erste Kontakt, außerdem haben wir noch der Aufstand, Star Trek Nr. 9 und dann Star Trek Nr. 10 mit Nemesis. Das Ganze sind vorläufige Cover, entsprechen aber dann auch den 4K Cover, ich gehe mal davon aus, dass es so bleiben wird. Also hier nochmal alle vier Teile durch 7, 8, 9 und 10. So, dann gibt es zum 28. April eine neue Mediabook-Welle von den Mediacs, hier haben wir einige Veröffentlichungen, die es schon mal im Mediabook gab, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob alle, aber zumindest weiß ich, dass einige hier 84 Entertainment schon mal rausgebracht hat, dann auch NSM und andere Labels. Wir haben jetzt hier Cusack, der Schweigsame in drei verschiedenen Cover-Versionen, davon sieht die Cover-Variante A gar nicht schlecht aus hier. Dann haben wir Cover-Variante B und auch noch Cover-Variante C. Das Ganze sind Repacks, die Filme gibt es auch bereits einzeln auf Blu-ray zu kaufen. Dann haben wir hier noch McQuaid der Wolf mit David Carradine und Chuck, Brustbehaarung Norris, ja hier Cover einfach legendär, alter, behaart wie ein Affe, boah, wenn ihr das jetzt hört, dann bin ich am Arsch, dann gibt es einen Roundhouse-Kick und Tschüssikowski, meine Freunde. Also falls ihr zukünftig keine Videos mehr von mir seht, dann wisst ihr, was der Grund dafür ist. Dann haben wir hier noch Cover-Variante C. Ja, also diese eine Cover-Variante ist immer dabei, wo ich sage, vielleicht was für Komplettisten, damit wir hier nochmal eine Cover-Variante raushauen können. Aber ich finde, zwei hätten es da auf jeden Fall auch getan. Dann haben wir Missing in Action und auch wenn Chuck Norris hier drauf steht, Missing Chuck Norris, muss man da schon fast sagen. Also da passt ja gar nichts, also weder die Proportionen noch irgendwie sonst was. Dann haben wir hier, jawohl, Cover-Variante B und dann haben wir hier auch noch Cover-Variante C. Jetzt sind wir, wie man vermuten kann, BMV Medienshop, weil bei Amazon sind noch nicht alle Cover freigeschaltet. Dort sind zwar alle gelistet, aber wir können uns hier nicht alle Cover angucken. Deswegen habe ich hier so ein bisschen abgewechselt. Dann haben wir noch Missing in Action 2 und auch das sieht absolut nicht aus wie Chuck Norris. Das tut mir leid. Ja, auch hier einige Proportionen und die Hand sieht mega komisch aus. Also, das passt für mich überhaupt nicht. Dann haben wir hier Cover-Variante B. Das sieht natürlich schon etwas besser aus. Und dann haben wir hier Cover-Variante C. Jawohl, das ist in Ordnung. Wie gesagt, alle Mediapok-Veröffentlichungen werden hier dann zum 28. April angekündigt. Zumindest einmal, ob die dann wirklich so erscheinen, das kann dann ja wieder eine Woche vor oder zurück sein. Dann hätten wir The Amity Will Horror, das Remake mit Ryan Reynolds hier. Das habe ich mir mal auf Prime angesehen. Das war eher durchwachsen. Hätte ich mir mehr vorgestellt oder auch besser gewünscht. Also, man kann es sich auf jeden Fall mal angucken. Aber wenn man den nicht angeguckt hat, dann hat man auch nicht großartig was verpasst. Hier erscheinen dann auch drei Mediapok-Cover-Varianten. Und dann haben wir noch The Return of the Living Dead. Und da haben wir dann ebenfalls drei Cover-Varianten zur Verfügung. Ja, dann haben wir noch was für alle Dwayne The Rock Johnson Fans. Walking Tall. Richtig cooler, harter Streifen mit ihm. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir zwei Cover-Varianten. Also, da finde ich schon fast die Cover-Variante B besser. Und dann der zweite Teil, der ja zuletzt erst auf Blu-Ray veröffentlicht wurde, habe ich euch ja bei meinen Blu-Ray-Neuheiten einmal vorgestellt. Der erscheint jetzt hier dann auch in zwei verschiedenen Mediapok-Cover-Varianten A und B. Jo, und damit sind wir durch für heute. Kurz und pündig. Zu den Filmen braucht man ja nichts mehr großartig sagen. Die alten Schinken im neuen Gewand sozusagen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.